Hallo liebes Kindlein, gestern haben wir ja schon eine Baustelle gesehen und da hat sich heute was getan hier wackelt und bewegt es sich sogar noch was haben wir hier einen schlitten mit umzugskartons was da wohl drinnen ist und hier auf dem tisch da scheint jemand sehr sehr fleißig zu bauen da bin ich gespannt was sich da morgen tun wird aber wir müssen ganz leise sein und hier einfach nur wer auch immer hier ist ruhig arbeiten lassen bis morgen ja